Hallo alle zusammen. Heute möchte ich euch eine Fundstelle von Apertura Iris, dem großen Schillerfalter, vorstellen. Der große Schillerfalter ist meiner Meinung nach mit einer der schönsten Parkfalter in Deutschland. Leider bekommt man ihn nur selten zu Gesicht, da er sich tagsüber im Sommer meist in den in den höheren Baumregionen in den Wipfeln aufhält und kaum zum Boden kommt und man ihn daher nur schwer zu Gesicht bekommt. Ich empfehle daher zum Nachweis die Suche nach den Raupen im Winter und was man beachten sollte, das möchte ich euch in diesem Video erklären. Generell kann man sagen, dass der große Schillerfalter wie auch der kleine oder auch die Eisvögel, dass es sich dabei um Waldarten handelt. Das heißt, sie kommen in Wäldern vor, sie benötigen Gehölzstandorte und typisch hierfür sind beispielsweise Lichtewälder. Es sind Waldwege typisch, wie ihr jetzt auch hier sehen könnt. Also Schneisen mitten im Wald oder auch offene Wiesenflächen mitten im Wald, die sind zu bevorzugen bei der Suche. Das Beste wäre ein Bachlauf mitten im Wald. Allerdings muss man dazu sagen, dass der große Schillerfalter weniger spezifisch ist als manch anderer Arten. Das heißt, er kann zum Beispiel auch im Dorf vorkommen, sofern die Bedingungen stimmen. Was meine ich mit Bedingungen? Das ist einerseits die Beschattung. Also der große Schillerfalter benötigt beschattete Bereiche, die prinzipiell eher kühl stehen. Und wenn ihr euch jetzt hier umschaut in dem Gebiet, ihr seht, wir befinden uns hier in einem doch sehr beschatteten Bereich. In dem Bereich etwa ist Westen und also fast ganztägig hier ist das Gebiet beschattet. Also es handelt sich hier um diese Weite, die ihr hier sehen könnt. Und natürlich ist es demnach auch luftfeucht. Das ist die zweite Bedingung. Die Rauben vor allen Dingen brauchen auch luftfeuchte Bedingungen. Und eben aufgrund dessen, dass die Sonne hier nicht herkommt, ihr seht, auf dem Weg befinden sich noch ein paar Pfützen und es ist relativ feucht hier. Und das ist perfekt für den großen Schillerfalter. Genau. Schauen wir uns an, wie wir bei der Suche vorzugehen haben. Beim großen Schillerfalter gibt es mehrere Methoden. Ich möchte euch hiermit die Anfängermethode vorstellen und kann aber auch gerne noch die weiteren Methoden nachreichen, wenn es jemanden interessieren sollte. Und zwar, wichtig hierbei zu wissen ist, dass der große Schillerfalter, also die Raupe, im Herbst sich Sitzblätter anfertigt. Das heißt, sie spinnt ein Blatt am Ast fest. Und dieses Blatt bleibt dann auch im Winter noch hängen. Und ihr könnt es hier schon im Bild sehen. Und zwar seht ihr es hier. Das ist ein einzelnes Blatt, welches zwar am Ast hängt, aber eigentlich lose ist, wie man erkennen kann. Also der Stiel ist nicht mehr am Ast befestigt und ist nur durch einen ganz dünnen, kleinen Faden mit dem Ast direkt selbst verbunden. Und das ist typisch für den großen Schillerfalter. Das war definitiv eine Schillerfalterraube, die das Blatt befestigt hat. Und so geht man dann auch bei der Suche vor. Das heißt, man stellt sich unter einen Baum, bestenfalls in etwa so, und schaut gegen den Himmel. Dann wackelt man am Ast oder auch am Stamm direkt selber und schaut, ob sich irgendwo erst einmal überhaupt noch Blätter am Baum befinden. Und wenn ja, ob diese unnatürlich wackeln. Also ihr seht, wenn ich hier leicht am Ast wackele, dann ist das Blatt sehr lose befestigt und man sieht sofort, dass es nicht mehr mit dem Ast verbunden ist. Genau, so geht man bei der Suche vor. Das ist die einfachste Methode. So kann man ganz schnell zu Nachweisen kommen. Schon beim Vorbeigehen kann man schauen, ob sich ein Blatt am Baum befindet und einmal kurz an den Stamm, am Stamm wackeln und schon erkennt man, ob eine Schillerfalterraube irgendwo in der Nähe ist. Ganz prinzipiell noch, habe ich vergessen zu erwähnen, der große Schillerfalter bevorzugt Weiden, beziehungsweise Saalweiden nach meiner Erfahrung. Und vom Baum her bevorzugt er eher jüngere Bäume. Also ihr könnt es erkennen, der Baum ist nicht allzu hoch. Er hat relativ schmale Äste. Und was auch typisch ist, sind so Nischenstandorte. Werdet ihr gleich noch mal näher erkennen. Ich werde euch gleich noch einen anderen Baum zeigen, was ich damit meine. Aber genau, also das ist kein alter Baum, sondern eher jüngerer Baum. Und besonders bevorzugt werden sollen, wie ihr jetzt hier erkennen könnt, eben auch die dünneren Äste. Und besonderen Wert legt man hier auf die dünnen Knospen. Also es handelt sich hierbei nicht um Blütenknospen, sondern um Blattknospen. Und das ist wichtig, da die Raupen Blütenknospen meiden. Das heißt, wenn ihr einen Baum seht, bei dem schon viele Weidenkätzchen sich dran befinden, dann ist es eher unwahrscheinlich, da auch eine Raupe vom Schillerfalter dran zu finden. Genau, das wäre erstmal grundsätzlich noch so zu erwähnen. Meiner Erfahrung nach bevorzugen die Falter auch Äste, vor allen Dingen die stark verzweigt sind. Also ich würde mich jetzt nicht auf diese langen, schmalen, unverzweigten Äste konzentrieren, sondern wirklich eher auf die Äste, die verzweigt sind. Genau, jetzt habe ich hier an dem Ast leider keine Raupe mehr gefunden. Ich vermute ganz stark, die wurde von einem Vogel schon vorher gefressen. Allerdings befindet sich in der Nähe gleich noch eine weitere Weide. Wie ihr jetzt hier erkennen könnt, das meine ich mit Nischenstandort. Sie schaut nur so ein bisschen aus dem Gebüsch heraus, aus den umgebenden Bäumen. Und das ist eigentlich typisch. Also kein freistehender, offenstehender Baum, sondern wirklich nur so ganz in der Vegetation noch mit drin befindlicher Baum. Relativ jung auch wieder, wie ihr kennen könnt. Wir sehen auch hier wieder die jungen Triebe, die nur ganz dünne und kleine Knospen haben. Und jetzt generell, wie gehe ich jetzt bei der Suche vor, wenn ich so ein Blatt gefunden habe. Das Blatt habt ihr ja gerade gesehen. Jetzt nehmen wir einmal das Bändchen, das ist das Blatt. Und dann sucht ihr im Endeffekt nur diesen Ast ab eigentlich. Es reicht, wenn ihr euch in der Nähe, also den Ast anschaut, an dem das Blatt befestigt war und vielleicht noch die Nebenzweige. Ihr braucht ja nicht den ganzen Baum abzusuchen, sondern die Raupe befindet sich immer wirklich in der Nähe des Blattes. So und jetzt kann das Blatt auch abfallen durch den Wind. Im Winter zum Beispiel, wie ihr jetzt hier erkennen könnt, hier ist kein Blatt in der Nähe. Dann noch eine Raupe. Also das Blatt ist nicht zwingend ein ausschlaggebendes Kriterium. Aber wie ihr erkennen könnt, zeige ich euch jetzt hier nochmal die Raupe dazu. So muss es aussehen. Die Raupe befindet sich nicht wie bei Ilja oder auch doch ähnlich wie bei Ilja. Jetzt in diesem Fall befindet sie sich nahe der Spitze, der Endknospe. Aber das ist nicht so typisch für einen großen Schillerfalter. Der große Schillerfalter sitzt wirklich direkt am Ast. Er hält sich nicht zwingend an Blattknospen auf, so wie es bei Ilja der Fall wäre, also beim kleinen Schillerfalter. Sondern die Raupe sitzt wirklich direkt am Stamm oder am Ast, am Zweig. Und das kann auch zum Beispiel in diesen Astgabeln drin sein. Das ist auch sehr typisch zum Beispiel. Das kann auch im stärkeren Astbereich sein. Also man könnte auch die Raupe hier vermuten in diesem Bereich. Deshalb, wenn man jetzt so ein Blatt gefunden hat, schaut man sich die Äste einmal genauer an und achtet hierbei vor allen Dingen wirklich auf den Ast- und Zweigbereich. Nicht zu unbedingt auf die Knospen fokussieren, sondern wirklich einerseits den Stamm oder den Astbereich anschauen. Und was auch wichtig ist, diese Astgabeln. Da hat man eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, die Raupe dann auch nachzuweisen. Genau, so muss es aussehen. Die Raupe sind schön klein grün. Und genau, dort überwintert es hier an diesem Baum. So geht man bei der Suche nach den großen Schillerfalter vor. Das Video zum kleinen Schillerfalter werde ich dann auch demnächst veröffentlichen. Ja, was ich gerne noch nachreichen möchte, ist eigentlich, dass es sich bei einem großen Schillerfalter wirklich um eine für Anfänger empfohlene oder zu empfehlende Art handelt. Da man wirklich sehr schnell fündig wird und auch meist relativ hohe Dichten vorherrschen. Also ich befinde mich jetzt hier etwa 20 bis 30 Meter von dem anderen Standort entfernt. Hier oben im Wald verläuft der Weg. Und also ich hatte da oben jetzt schon mit ganz kurzer Suche nur zwei Rauben gefunden. Und ja, wie ihr jetzt hier im Bild erkennen könnt, befindet sich hier schon wieder die nächste an der Spitze. An einer erneuten Weide. Diesmal ein etwas älteres Exemplar. Aber sehr luftfeucht stehend und beschattet. Also die Bedingungen passen trotzdem noch sehr gut. Und auch der Ast ist wieder, wie vorhin schon erwähnt, auch ein sehr dünner Ast, der durchaus stark verzweigt ist. Genau. Also wie ihr sehen könnt, befindet sich hier eine Raupe. Und gleich am nächsten Ast können wir hier erneut eine Raupe erkennen. Direkt an der Spitze hier vorn. Genau. Also wie ihr sehen könnt, ist eine sehr häufige, wo die Art vorkommt. Dort ist sie sehr häufig anzutreffen. Relativ abundant. Und daher für Anfänger wirklich sehr zu empfehlen als Einstieg. Was ich vorhin noch vergessen habe, bestenfalls eignet sich die Suche an der Unterseite der Äste. Also den Ast nehmen und einmal umdrehen, so dass ihr auf die Unterseite schauen könnt. Und wie ihr jetzt auch an den beiden Beispielen hier erkennen könnt, es gibt kein wirklich sicheres Schema. Hier sitzt die Raupe jetzt wieder direkt an der Endknospe. Wie gerade eben auch an dem anderen Ast. Also ähnlich wie beim kleinen Schellerfalter. Und genau, man kann sich nie zu sicher sein, wo man suchen sollte. Aber so die stark verzweigten, dünneren Äste sind auf jeden Fall immer zu empfehlen und sollten nach großen Schellerfalterrauben untersucht werden. Sofern dann zum Beispiel ein Sitzblatt in der Nähe war. Hier können wir jetzt sehen sogar, ist direkt der Ast hängt hier noch irgendwie an einem dünnen Faden, der von der Raupe angefertigt wurde. Also hier hat sie tatsächlich einen halben Ast mit angesponnen. Was wirklich sehr untypisch ist. Aber es bestätigt eben noch mal, wenn man jetzt unterhalb dieses Astes steht und dran wackelt, dann sieht man irgendwas ist hier unnatürlich. Und dann findet man eben auch die Raupe. Genau, dazu viel zu meinem Nachtrag. Euch wünsche ich viel Spaß bei der Suche.